Erwin Hofer ging und Maxis Bolli kam, 71. Spielminute, der schnelle Nationalspieler von der Elfenbeinküste mit seiner ersten Aktion, Reino. Fünf Spieler von Erzgebirge Aue, nur Statisten beim Sohne von Bolli, dessen erster Einsatz in der Rückrunde nach einer Sperre und einer langwierigen Addukteur verletzt. Und der Trainer macht zur Zeit alles richtig. Perfekt gewechselt.